Steuers stehen jetzt oder was? Anscheinend ja. Hallo, Doomguy. Sie kontrollieren jetzt die Revenant-Bohne. Holen Sie damit Ihr Eigentum zurück. Oh. Halt ihn raus. Okay. Ja, umglitscht. Oh, lol. Wie komme ich denn weiter hoch? Boah. Achso, ah, so. Okay. Okay. Tschüss. Hä? Kriegschutz heute. Hallo. Das ist das Ding, der Name. Oh. Okay. Das hätte ich jetzt selber nicht schaffen können, oder wie? Ah, hätte ich es mitgenommen. Warte, darf schon stehen, okay. Ich wollte gerade sagen, ist hier vielleicht irgendwo ein Geheimnis? Noch nicht so lang, okay. Hm. Na gut, dann gehen wir zurück. Einfach mal hier so eine Drohnen-Mechanik eingebaut. Na gut, das haben wir wahrscheinlich gemacht, nur wegen dem Multiplayer. Und, Patsch. Alles klar. Putsch. Oh. Das hat, glaube ich, nicht so geplant. Ich kann mich an die Gegner heranheften. Was bringt es mir, die komischen Dinge abzuschießen? Ich muss jetzt hier langsam durchkämpfen, oder wie? Okay. Das war relativ simpel. Oh. Das war ein Geschenk für die Freiheit. Oh. Hoops. Hoopsy. Das ist meine Da ist man hier Okay Okay, manche Dinger sind schwerer als andere Das muss man einfach mal sagen Munition Achso Okay, der hat die Shotgun Muni geortet Wie sonst was Jetzt darf ich hier ran Achtung An alle in der Kultistenbasis Vernichten Sie den Slayer Der Priester muss überleben Ich wiederhole Der Priester muss überleben Was komme ich denn da ran Was war einfach so, oder was Oh Speedcord gefunden Alles, aber da vorne ist auch noch was Wenn ich jetzt in die Richtung gehe Also hier runter Was ist das? Okay. 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 Das war ja simpel. Was war noch? Warst du da? Achso. Weck. Weck. Okay, machen wir alles. Wir können mal den tanken, wenn wir wollen. Sehr schön. Was sind wir denn jetzt? Wir haben das alles fertig. Wenn das fertig ist, müssen wir wahrscheinlich schon als nächstes da hin. Bitte vermuten. Okay. Was haben wir hier? Was soll da hin? Wo komm ich denn rein? Da komm ich rein. Zack, da geht's nicht lang. Oh, das kann der schon mal. Okay. Cool. Cool. Nicht. Geht doch. Was soll ich da lang gehen? Gehen wir zu einem anderen Startpunkt? Oh, ups. Achso, das ist ja wirklich einfach mal ein anderer Startpunkt. Alles klar. Blech da hoch. Schön, dass ich das Jumppad runterschmeißen anstatt hoch. Hilfe. Oh. Oh, jetzt bin ich hier. Toll. War alles so geplant von dem Spiel? Danke dafür. Kann ich das eigentlich jetzt schon anwenden, das Zeug? Eigentlich schon, ne? Okay, warte. Hier haben wir jetzt... Das könnten wir dann... Da haben wir das schon... Achso. Ah, hier. Okay. Die schalten wir dann frei. Okay. Die schalten wir automatisch dann frei. Okay. Cool. Dann weiß ich darüber Bescheid. Ja, dann würde ich sagen... Wir brauchen uns den einen ja noch. Zack. Von dem ich auch sch... Okay. Oh, eins meiner Telefon fing da an zu quatschen. Hilfe. So, Anzug. Wir haben viel... Sechs Stück. Könnt man ja eigentlich das hier machen. Teleposieren sämtlicher Fortschritt gegenstände auf der Automap. Gut. Pressrautung mit Aufdeckung. Sämtliche Dinger. Ja. Hier noch. Umgebung. Neunschutz. Achso. Weniger Schaden. Auch ganz nett wäre. Aber wir gucken das mal hier. Packern können wir uns einfach alles. Und... Zack. Dies mag ich am liebsten. Neuerungsschiff freigeschalten. Na schön. So. Ruhen haben wir. Keine gerade. Codex. Nächste Herausforderung. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Eine Flamme. Vier Dämonen mit einem einzigen Flammenspaerschuss. Oh. Okay. Gut, dass ich dann mal drüber... ...mal nachgeguckt habe. Kriege ich eine Wächterbutterie. Okay. Vier Dinger mit Flammwerfer. Okay. Zoll jetzt. Über. Welchen sind sie hier hochgekommen? Frag ich mich gerade. War sonst nix, oder? Äh. Sieht gut aus. Okay. So. Schmoni. So. 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 Ups Der macht gleich wahrscheinlich wieder sein NRG-Feld Irgendwas Das ist nochmal so eine Herausforderung, okay Hmm Irgendwas Hier gehen wir hin Zack Nichts hat es nicht gereicht Gut, ich habe jetzt nicht geguckt, ob hier welche Roten Bältchen hängen, ne Muss ich bestellen Muss ich trotzdem hier rein So, hier Aha Okay, was soll ich machen? Okay Okay, geschafft Sehr schön Dann haben wir hier auch noch ein Tor Dann haben wir hier auch noch so ein Ding, okay Mundverdestined haben wir so gut wie alles Ähm, fällt uns halt nur noch was Auf der Karte Okay Okay Wo soll ich hin? Hä? Okay Wo soll ich hin? Ach, da runter Okay 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 Ich lebe Mal wieder heimlich geholt Sehr schön Für uns ist aber gleich noch eins Nicht da Ja, da können wir einfach Kassen eingangen oder was Okay 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 boom klick, klick, man noch ein Album gefunden, nice relativ simpel so, wenn's noch, frage ich doch so, mal ein bisschen Money ist über mir was ach, wir haben nichts gefunden, das nächste Mal das muss ich wahrscheinlich machen das ist halt auch, oder was? ne, ne geht hier nur Luke auf ne how it works ich versteh's nicht das Ding lässt sich nicht aktivieren hä? irgendwas am Leben, was ich töten muss, oder so? was ich versteh's nicht so, ganz? was ich versteh's nicht so, ganz? hä? wie soll das funktionieren? hm ich versteh's gerade wirklich nicht ach, hier geht's noch lang ups ok ah, nicht bis 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 bis